Hallo Leute, mein Name ist Anastoli Paltz. Am 8. Juli in Berlin werde die Musik vor bei DFL kämpfen. Ich spreche mit euch. Ich hoffe, jetzt kommt vorbei. Ich freue mich auf euch. Was macht den Reiz von MMA aus? Warum machen sie MMA? MMA ist die kompletteste Sportart. Wie wir haben, Kampfsort gibt es keine Grenzen. Deswegen bin ich voll begeistert von ihrem Sportart. Über die Welt voller Leidenschaft aus. MMA in Deutschland ist in den letzten Jahren sehr gewachsen. Da freue ich mich besonders auf. Auf jeden Fall wird es ein größer Blick jetzt mit der BFM in Deutschland. Wir haben einen deutschen Camper vor allem. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft so bringt. Anastoli Wahl, eines der spektakulärsten Camper in Deutschland. Weiter auch wie hier 2018, 2019, bei der größten Organisation German MMA Champion of the DMC gewesen. Ist bekannt für seine Schlachten. Ist bekannt für sein Stand-up-Game. Für eben offens Visier. Am 8. Juli waren die Fans hier ein Feuerwerk. MMA-Friends werden hier auf ihre Kosten kommen. Weil Deutschland ist auf der internationalen Landkarte langsam immer sichtbarer. In vielen Organisationen stellen die deutschen Camper mittlerweile auch die Haufen rollen. Und ich bin mir sicher, hier in Berlin werden wir am 8. Juli Geschichte schreiben. Und die Deutschen werden sich von ihrer besten Seite hier präsentieren. die vielen Franken ausgedeckt. Und wir fahren über das ganze Mal nach Hause durch. Und ich bin mir sicher, hier auf der Martien. Es soll immer noch Geld werden.